Es ist wieder soweit, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Feuerkelch. Und ich glaube, wir sind bei der Tatsache stehen geblieben, dass uns zwei, drei magische Schilde fehlen bis Kräuterkunde. So, das ist The Next Step. Wie gesagt, ich sehe mir jetzt kurz nochmal an, ob wir Sammelkarten kaufen können. Aber das erspare ich euch wieder. Und falls es euch interessiert, kurzer Zwischen-Cut, ich habe Hermines zweiten Kartensatz gekauft. Und wieder erwarten, es ist nicht Hermine, sondern Moody. 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 Auch hier, Zwan Weasley, Rons Karte, allerdings nicht er selbst, sondern sein Vater Arthur. Es gibt in den Kreaturen-Foldern eben auch die, ja schon eh schon mal gezeigt, die Sumpfkradler-Karte. Aber wir haben da mittlerweile einige. Junge. Junge, wie der Kling. Feuer Salamander. Die Erklige. What the fuck? The fuck ist mit denen los? Und sogar schon die knallrümpfige Kröter. Hat er gerade einen Schaß gelassen? Junge. Mit ihm los. Vampir Mospen. Das könnte noch spannend werden. Eins, zwei, drei, vier Bereiche haben wir noch. Jetzt brauchen wir hier im Badezimmer noch zwei, drei magische Schilde. Ich nehme ganz stark an, dass ich hier noch zwei Schilde finden könnte. Das probieren wir jetzt. Aber mal mit Anlauf-Scheiße da rein. Ich fange wieder mit Harry an in der Folge, weil Baum. Wieder mal geile Karten nehmen, die mich absolut nicht interessieren. Ach ja, der startet immer hier. So. So. Wieder mal an jede Art der Steuerung erinnern müssen zuerst. Und dachten, habe ich sie schon angezündet. Ah! Spannend. Ich glaube, das ist nicht da, wo der letzte Level aufgehört hat. Nicht? Oder? Ne? Ja, keine Ahnung. Es vergeht immer so... Es sind zwei Schilde. Aber da komme ich ja nicht hin. Weil das... Diese Pflanzen, die kann ich ja noch nicht... Öffnen, schließen. Was auch immer. Weil ich... Worauf ich hinaus wollte, ist... Es ist witzig, weil ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit jetzt... Ähm... Verfließen lassen. Zwischen den Aufnahmen. Oh Gott. Aber ja, ich habe es wieder... Ich habe keine Ahnung von der Steuerung. Ich habe ein bisschen Hals... Ist Hals weh, aber mein Hals ist verschleimt. So, das machen wir schon. Ich schaue mal weiter. Hier ist literally nichts mehr. Danke. Aber ja, zwei Schilde fehlen uns noch. Bis zum... Hm. Was ist damit? Ah, falsch. Nein, falsch. Wohin, do? Ah. Aha. Mein Gott, Ron. Jetzt stelle ich mich so an. So ein kleiner Stein hat mir niemandem geschadet. Das ist nicht deiner Hackfresse. Kann ich den da mitnehmen? Gar nicht. Geil. Äh... Ja, lass ihn mal... Lass ihn mal hier liegen. So. Ich nehme an, da hinten ist nämlich so ein Schild, dass wir da hochklettern können. Ah ja. Okay. Was ist, wenn ich jetzt... Ah, vielleicht kriege ich das von hier unten. Aber es wird nicht anders gehen, dass ich quasi da diesen... Das zerdeppere. Dann mit dem Wingardium Liviosa Block weiter mitnehme. Und dann... Schild hole. Da kann ich ja nicht durch Liviosen. Ist schlecht. Ich könnte natürlich... Wingardium Liviosa! Was natürlich? Mach, Hermine! Nicht möglich ist es, wenn ich den da her droppe. Ja. Meine Fresse springt doch runter, Harry. Ist doch wurscht. Bisschen Kniescheiben kaputt. Nimmst ein bisschen Skelewachs. Dies, das, Ananas. Alles wieder da. Ich weiß nicht, warum es fette Leute in... Ähm... In der Zaubererwelt gibt. Selbst wenn man seinen Körper nicht verzaubern sollte oder so, gibt es nicht so Abnehmtränke oder sowas. Naja. Vielleicht nicht leistbar für jeden. Keine Ahnung. So. Und hier brauche ich jetzt den Block wieder. Okay. Mein Gott, Hermine! Mach was! Hermine! Wingardium Liviosa! Hermine! Vielleicht den gleich hier rauf? Nein. So. So. Erstmal das Interieur der Schule kaputt machen. So. Wingardium Liviosa! Wingardium Livigardium. Dann rollen wir den wieder da rauf. Ah ja. Was? Danke. Oh, Entschuldigung. Ähm... Mit billigem Mc&Cheese gefressen. Ähm... Wo ist denn Hermine? Leute, wo seid ihr? Kommt doch her! Ja, danke. Hermine Klettert da rauf, Sven! Boogie Park. Gibt's ja nicht. Boogie Park war super. Gibt's ja mittlerweile nicht mehr. As far as I know. So. Wir waren also auf safe. Weil ich will nicht, dass das abreißt da unten. Und... Oh, Mann. Wingardium Liviosa! Bruder, jetzt bin ich da runtergefallen. Oh Gott, spring... Warum kann ich da runterfallen, aber nicht runterspringen? I don't know. Geil. Wingardium Liviosa! Gut, ich warte einfach auf die anderen. Na, kommt her! Gibt's ja nicht. Kommt! Put, put, put! Alle miteinander. Alle zusammen. Didi, 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 didi. So. Perfekt. Und das ist ein Schild. Geh, oder? So! Sehr geil. One to go! One to go. Ja, ja. Schon gut. Schon gut. Keinen neuen Karten. Wäre ja auch kein sonderlich langer Level. To be honest. So. Guck mal. Mal sehen, ob ich... Man geht ja mit ja immer zum Anfang zurück. Mies. Ob ich mir hier noch ein Schild gönnen kann. Irgendwo. Jetzt mal Herr mir dann. Herr mini, meine, meine, moe. Ich geh mir gar nicht Mühe, zu verstehen, was die da tun. So. Wo geht's hier lang? Ah, hier war ich ja. Oh, oder? Na, gehen wir in der Aktion. Danke, Ron. Wenn ich hilf mir wäre. Halt auf zu stöhnen. Das gibt's ja nicht. Ah, hier sind... Feuersalamander. Oh, oh. Warum erugtust du nicht den, der näher an dir dran steht? Mädel. Jetzt ist auch egal. Jetzt sind beide da. Ah. Danke. Hey, da drüben, Bohnen. Jo. Wie viele Bohnen habt ihr? Oh je, kannst du endlich mal mit deinen Bohnen aufhören, Ron? Stimme ich Hermine zu. Alter Bohnen-Kieftler. So. Die Frage der Fragen ist, war ich hier schon? Das Böde ist, oft weiß ich halt auch, dass ich irgendwo schon war, weil ich die Folge geschnitten hab. Davor, aber ich hab legit erst die Vorfolge geschnitten. Die dritte Folge kommt erst heute. Für mich. Keine Ahnung. Robben, komm, 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 komm. Löschen, löschen, löschen. Da gibt's ein Schildersbelohnung. Ach du meine Fresse. Weil ich kann Magikus extremen. Ne, schnell löschen. Löschen, löschen. Wunderbar. Ach ja. Halt's den Maul, Ron. Hier waren wir schon. Hier war ja der, hier haben wir das rausgeploppt, das Ei. Ne, schwierig. Da vorne komme ich nicht weiter, weil ich dieses Kräuter Wachsulus noch nicht kann, wie auch immer das dann heißen wird. Dann hab ich nämlich literally null Erinnerung. Aber, wir können hier, ne genau, da komme ich eben nicht hin. Oder. Oder. Kann ich mich da fallen lassen? I don't think so, sonst wären da nicht diese Pflanzenkacke. Na gut. Affig, dass es nicht geht. Na gut, vielleicht gibt's das in den Kräuterkunden. Schauen wir mal. Ansonsten muss ich hier einen Guide zurate ziehen. Gehen wir mal da lang. Da waren ja an sich auch noch zwei Schilde. Die sich... Zumindest teilweise genau. Weil hier war ich ja nicht lang. Da ist ein Schild und da ist ein Schild. Das ist KFCs Leben, ein Lebensspruch. Schauen wir mal, ob ich da irgendwie zu einem Schild komme. Schauen wir mal. Oh, Erkling! Au! Die hat mir einfach ausgenockt. Aua. Sehr gut. Hoppla. Eine Kopfhörer bei einem Abgang gemacht. So. Ich find auch weird, dass man... Warum zerlegt ihr nicht? Dass man gar nichts mit Maus machen muss eigentlich. Alles so... Ron, ich brauche deine Hilfe. Alles klar. Leute. Einer von beiden. Bitte. Kaufe dir Traktum. Der Hälfte dieses Spiel ist jetzt nur aufregend über... ...die jeweils anderen beiden Charaktere, die ich nicht steuern kann. Traum. Ah, ja. Ähre da. Wollt gar keiner. Wollt gar keiner. Ne. Bist du. Keinen Salamander abbekommen. Bis jetzt. Ah, warte mal. Wingard Levios. Ah, ja. Na, Sian. Minischild. Ich hab's noch nicht geschafft, einen dieser Schilde per Minischild zu bekommen, oder? Wenn ich mir jetzt nicht... ...falsche Innere. Ja. Kommt ja hoffentlich noch mit der Zeit. Die werden sicher... ...wärts ja angenehmer sein zu sammeln. Weil das jetzt so on the fly geht. Ah, ja. Drachenstatue. Das macht eh schon Ron. Aua. Oh. Ah, ja. Das geht dann nicht. So. Ah, komm. Da war das so krampfhaft lang. Oh. Schild. Geil. Das... Ah, Kräuterkunde. Na, sehen wir mal, ob wir jetzt diese dumme... ...pflanzlos-wachsos lernen, oder so. Das wäre natürlich absolut Premium. Herbivicus. Das klingt... Herbivicus klingt nach... ...dummen Pflanzenzauber. Das ist eine andere Taste oder sowas. So, egal. So. Egal. So. So lösen die das hier. So lösen die das hier. Cool. Oh, ein Lid. Oh, ein Lid. Oh, eine Bohne. Das sind schon viele Bohnen. Aktie auf die Bohnen an. Moje, du Flaschenpapst. Die stechen sie hier. Dachte ich mir ja. Ah, ich hab mich gestochen. Ja, das hab ich schon gesagt. Fass sie nicht mehr an. Ah. Bubu, tubla. Au. Ah. Der wird wahrscheinlich erst wachsen, wenn wir... ...das Wachsus können. Vingadio Obliviosa. Moment mal. Ich hab ja gar nicht. Hat er schon geforscht. Mit Pflanzen, mit kaputt waren. I don't think so. Aber... Kann man dieses Schwammerl wegmachen? Ah, das haben sie sich fast gedacht und mir den Weg hier versperrt. Na gut. Na kommt, Leute. Putt, putt. Vingardium Obliviosa. Vingadm Obliviosa. Was für eine Herausforderung. Ladidadi. Doch nicht Ladidadi? Geh mich hier lang. So. Grüß euch. Hier ist Ronald. Oh Gott. Ah. Nein. Ich wollte den... Der Herbi Ficus Zauber. Klasse. Herbi Ficus Zauber. Der geht sicher nicht so wie andere. Geht sicher wie alle anderen. Gürbis. Erst. Gürbis. Achso, hab ich hier schon eingesammelt. Serine mit C. Wie geht denn der jetzt? Fahre ich das auch noch? Naja. Sehen wir mal. Versucht es mit Herbi Ficus. Ah. Ah. Bist eh mit C. Alright. Warum ging das jetzt nicht bei dem da unten? Keine Ahnung. Egal. Auf den Schild wird es mir hoffentlich im Playthrough nicht ankommen. Ich weiß zumindest wo er liegt. Das ist für diese Folge. So. Herbi Ficus. Da kann man Herbi feigen. So. Bisschen Garteln. Oh. Man kann die durchfalten. Sehr angenehm. Freihändig. Naja fast. Schrei nicht so. Können die Heli pflanzen. Kärpen retracten. Eine noch. Komm. Die machen wir voll. Ist ja ein Minischild oder sowas. Oder so. Ja komm. Ron. Und schlechter um die Ecke ist ein LKW. Jetzt. Absolut gar nichts. Außer Boden halt. Das war eigentlich nicht mein Ziel. Vingadium Leviosa. Ach das kann ich nicht Herbi Ficusen. Kommt es erst. Ah. Da ein Statue. So. Gut. Dann. Dann. Äh. Sehen wir mal weiter. Herbi Ficus. Herbi Ficus. Kommen jetzt an relativ viele Schilde. Zum Glück. Und wie gesagt. Wenn wir Herbi Ficus auf diese Ranke anwenden wächst. Sie vielleicht über den Spalt. Harry. Ich bin schon längst drüber hinweg. Jetzt entspann ich mal.